Warte mal, warum hast du mich eigentlich so eingeschnauert? Du weißt ja, das war nicht eingeschnauert, das war für eine Aktion. Eine Aktion? Kann es sein, dass du vielleicht auch was gerne gemacht hast? Nein, nein, will ich jetzt nicht. Mach später deine Tanzkurse auch jetzt nicht hier, komm. Hey, komm. Okay, ich verstehe schon mal, jetzt will ich das Ganze an. Wie wer ist denn hier mit? Was ist denn mit dir los? Wieso? Was spielst du für Spielchen mit uns? Was für Spielchen? Erst mit David und jetzt machst du mich wieder an. Ey komm, du siehst deine Sachen, du verstehst. Was soll das jetzt heißen? Willst du mich jetzt fordern, oder was? Ja, raus, am besten du gehst, du machst dich wieder. Ist das dein Ernst, oder wie? Ich kann sowas nicht gebrauchen, ich weiß nicht, was du hier vorhast mit uns. Was soll ich denn vorhaben? Wir sind später noch kein Schade, oder? Ja, Tal, du denkst super, du hast ja deine Stellung echtes. Willst du mich jetzt echt rausschmeißen? Das ist schon geschehen. Aha. Alles klar, gut. Weißt du was? Das ist euer Reich am Ende, weil ich bin auf euch die Sonsangehensung. Aber wir werden es schon sehen. Ohne mich, weil wir sowas von runtergehen. Und das mit den Tanzkorn, das könnte ich auch sowas von vergessen. Also viel Spaß. Das ist gut so. Ja, dann kann man nicht rein zuhören. Fackin doch. Ich komme raus, viel Spaß, schweig. Jetzt reien dich nicht rein!